Hey Leute, heute hatte ich die Gelegenheit mit Prof. Dr. Dr. Schneider von der Sporthochschule Köln zu sprechen und zwar zum Thema Bewegung. Prof. Schneider hat beim Nikolab den Zusammenhang zwischen Bewegung und Gehirnleistung erklärt. Das Video dazu findet ihr auf nikolab.info oder einfach hier im Kanal. Die Aussage von Prof. Schneider ist, Bewegung muss wehtun, um Effekte auf den Körper zu haben. Ich habe eine Studie gefunden, die besagt, viel Bewegung im Alltag, also Stehen und Gehen, soll eine viel bessere Wirkung haben als eine Stunde intensives Fitnesstraining. Was ist denn jetzt besser für mich, Prof. Schneider? Hi Lukas, schön dich zu hören. Man muss schon ganz genau hinschauen. Also die Studie, von der du sprichst, die ihr ja auch auf der Nikolab Webseite publiziert habt, die spricht nicht von einer Stunde intensiven Fitnesstraining, sondern die haben die Probanden sehr, sehr moderat auf dem Rad belastet. Und wenn man sich mal die Wattzahlen anschaut und die Herzfrequenzen anschaut, dann ist das nicht viel mehr als ein zügiges Gehen. Das heißt, da ist nicht viel Energie verbraucht worden. Also wie gesagt, man muss schon ganz genau auf Studien schauen und darf dann auch nicht Äpfel mit Bieren vergleichen. Ich habe gesagt, es muss wehtun. Wehtun ist dann vielleicht auch etwas forsch gesagt. Aber es muss schon anstrengend sein. Wir alle wissen, wie es ist im Leben. Von nichts kommt nichts. Und wir alle wissen, dass wir uns, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen und wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir uns anstrengen. Zu Weihnachten wollen wir alle Geschenke haben und dafür müssen wir lieb sein. Und ein bisschen lieb sein reicht nicht. Und wenn wir abnehmen wollen, reicht ein bisschen weniger Essen auch nicht. Und so ist es auch im Sport. Wirklich fit werden wir eben nicht nur durch Alltagsbewegungen. Eine aktive Alltagsgestaltung kann Teil des Gesamtkonzepts sein. Aber auch hier gilt ohne Fleiß, ohne Schweiß, echt kein Preis. Und was kann ich nun in meinen Alltag integrieren, um meine Leistung zu steigern? Also ein Tipp für den Alltag ist wirklich Joggen. Also Joggen geht immer. Man braucht nur ein paar Turnschuhe. Eine Turnhose und ein T-Shirt hat jeder im Schrank hängen und echt nur 15 Minuten, egal wo man ist, in der Stadt, auf dem Land, zwischen Meetings, auf Dienstreise, zu Hause. 15 Minuten geht immer. Und man wird feststellen, wenn man das regelmäßig macht, wird man nicht nur körperlich fitter, sondern wirklich auch mental fitter. Und gerade so in der Mitte des Tages, vielleicht statt Mittagessen. Mittagessen macht eh immer müde. Statt Mittagessen 15 Minuten Joggen. Danach ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Und man wird mental gestärkt in den Nachmittag gehen. Vielen Dank Professor Schneider. Jetzt habt ihr die Information, wie ihr fit und leistungsstark bleibt. Danke fürs Zuhören. Das war Lukas zum Thema Bewegung. Das war Lukas zum Thema Bewegung.